Freunde, vielen, vielen Dank für 1.500 Abonnenten auf YouTube. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublotti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflohen. Das Sommergoldhähnchen. Großartig. Ihr Lieben, ich grüße euch von Herzen. Es ist unglaublich, denn Weigelswilde Welt hat mittlerweile auf YouTube die 1.500 Abonnenten geknackt. Das ist einfach unglaublich. Ich möchte euch, jeder und jedem Einzelnen von euch dort draußen, ganz, ganz herzlich danken. Dankeschön, dass ihr mich stets begleitet auf meinen Abenteuern, auf meinen Entdeckungsreisen durch unsere schöne Natur. Ausgegebenem Anlass. 1.500 Abonnenten auf YouTube, kann man ja schon mal machen zwischendurch. Trotzdem möchte ich euch mal von ganzem Herzen fragen. Habt ihr irgendwas anzumerken? Habt ihr Vorschläge? Habt ihr Wünsche? Oh, Eisvogel. Habt ihr Wünsche? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Vorschläge, wie ihr Weigelswilde Welt in Zukunft gerne, ja, wie ihr euch das vorstellt? Gerne Anregungen reingeben. Und dazu möchte ich euch zu diesem Anlass zu 1.500 Abonnenten auf jeden Fall herzlich einladen. Einfach unten in die Kommentare schreiben. Wo ist denn jetzt der Eisvogel? Freunde, haltet euch fest. Kleiner Ausblick. Morgen in einer Woche, also morgen ist Sonntag und dann in einer Woche, am 8. Oktober, werde ich für eine Woche, für eine ganze Woche nach Helgoland. Ich freue mich wie Bolle. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Leute treffen, Vögel treffen, das wird einfach großartig. Ich möchte euch sagen, dass ich dort so einiges vorhabe. Natürlich kommt Fernglas mit, Spektiv kommt mit, Kamera kommt mit. Ich möchte dort so richtig viel Weigelswilde Welt machen. Das Coole ist, da auf Red Rock kommen einem die Vögel jetzt zur Zugzeit, wo sie dort rasten, sehr, sehr nah. Sodass ich super Möglichkeit habe, da ganz, ganz tolle Aufnahmen zu machen. Und euch werde ich dann natürlich mitnehmen. Ich freue mich wie Bolle. Außerdem ist morgen ein sehr, sehr großer Tag. Denn mit einigen von euch dort draußen starte ich meine erste Weigelswilde Weltexkursion. Nicht übers Internet, nicht bei YouTube live oder so, sondern wirklich face to face. Einige von euch werde ich treffen und ich freue mich einfach unglaublich auf diesen Vormittag morgen. Wuhu! Das wird großartig. Ihr Lieben, neben den normalen Folgen von Weigelswilde Welt bin ich in letzter Zeit, ihr werdet sicherlich gemerkt haben, großer Freund von YouTube Shorts geworden. Das ist eine ganz feine Angelegenheit, will ich euch jetzt mal ganz im Ernst sagen. Die sind für mich super, weil die machen mega viel Spaß. Es ist schnell ein Ergebnis da. Sind super schnell produziert, weil ihr wisst ja, ich bin zwischendurch noch am Arbeiten. Und vielleicht ist das für euch ja zwischendurch auch mal ganz gut, weil dann könnt ihr quasi kurz mal in einer Kaffeepause, könnt ihr mal kurz, äh, Tommi von Weigelswilde Welt war so im kleinen Short zu gucken. Der Eisvogel fliegt hier die ganze Zeit lang. Ne? Also, ist schon was Feines. Den muss ich gleich mal hier filmen. Das lenkt mich die ganze Zeit ab. Das war jetzt nur eine Kohlmeise. Mann. Freunde, an diesen wunderschönen Bachlauf möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass ihr mich begleitet bei den ganzen Abenteuern in der Natur. Danke für jeden einzelnen Kommentar. Danke für jeden Support, für jede Spende, für jede Kanalmitgliedschaft. Danke, danke, danke. Denn es ist tatsächlich so, ohne euch wäre das alles definitiv nicht möglich. Vielen, vielen Dank. Ich möchte euch sagen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, herzliche Einladung. Das kostet euch, ich sag's euch, keinen einzigen Cent. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich dieser Knopfdruck in meiner Arbeit unterstützt. Also, zögert nicht. Ich danke euch sehr. Empfehlt den Kanal auch gerne weiter. Macht quasi, was ihr wollt. Danke, dass ihr da seid. Ich sage tschüss. Euer Tommi von Weigels Wilde Welt. Ciao.